Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Game und wir spielen weiter FIFA. Nehmen wir das. Nehmen wir das schon. Ja, so passt alles. Und los gehts Leute. Das dritte Spiel. Mal schauen, wie wir das dritte Spiel abschließen. Gewinnen wir das. Das wäre halt so gut, wenn wir das schaffen könnten. Oh Mann, na. Das finde ich halt blöd, wenn man nicht den Ball halten kann. Ah ja. Noch zwei Schritte haben wir, damit wir noch halten wollen. Alles mal die Probleme. Oh. Oh. Einen Schuss hätten wir noch. So Leute, jetzt können wir natürlich dann weiter spielen. Gewinnen wir das dritte Spiel. Das wäre halt so gut. Jetzt können wir mal dritte Spiel in Folge gewinnen. Hä? Einen Schuss. Was sagst du hier? Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Kuchen. Einen Schuss. Einen Schatten. Pfeffer 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 ich habe mich gerade ich habe mich gerade irritiert ich bin ja schwarz ich habe mich schon gewöhnt ich habe mich gerade ein bisschen, weil ich nicht so oft mit Bayern ein schwarzem Trikot gespielt habe wir mussten ich finde die Bälle so komisch ich habe mich gerade in der letzten drei Spiele ich habe mich gerade in der letzten drei Spiele ich habe mich gerade in der letzten zwei Spiele ich habe mich gerade in der letzten drei Spiele ich habe mich gerade in der letzten zwei Spiele Und kann Müller sein sechstes Tor im vierten Spiel holen. Ah, das war nix. Aber naja, wurde ja auch abgefangen. Foul! Ja, endlich! Boah, meine Mäde. Bein spielt ein gutes Schlappenverfahren. Wenn man unseren dritten Segel hat, dann würde man von dort wieder weggehen. Weil dort nun kommt es auch gut. Junge, das war... Alter, warte. Es war eigentlich jetzt... ...Freistoff geben müssen. Oh, und Müller macht einen nechstes Tor. Alter, der Müller hat heute wieder... Alter, der Müller hat heute wieder... ... und Leverkusen muss aufpassen. Oh, Mann. Gutes Spiel. Bayern weiß, gewinnen sie heute. Jetzt sind sie wieder weiter dabei. Ah, Müller. Wurde abgefangen, aber... weißt ja, jetzt mal... ... wird man halt manchmal wie Kleinigkeiten... ... was... ... aber wir ändern dafür den Neuen wieder. Oh, ja. Boah, Mann, Götze. Alter, Götze bekommt langsam ins Drach. Los, Götze, einfach drauf gehen, meine. Abseits, macht nix, egal ist, wir führen ja 1-0, aber das Spiel wird immer gut, ich finde gut, weil der Leber gut muss. Götze ist der, der hier, den Götze tut hier so, dass da hier das, immer wie Abschirmung hier noch. Und Götze, Götze, Graz, gleich wieder, hören gleich. Vielen Dank. Halbzeit, gut. Ausgeglichene Ballbezitter, aber wir spielen besser, leider. Was kürzlich, so der Abräumer eigentlich? Ist schon lang, der räumt ja immer ab. Oh Mann, ja, und weiter geht's niemals drauf, Leute. Oh Mann, ja, und weiter geht's. Oh Mann, aber Kürze macht hinten nach vorne, ah, lästig. Ah, das sind ziemlich gute Spiele. Oh Mann, ja, von meinem dritten Sieg noch, das wäre halt der Knöner. Oh, boah, den gibt's, oh, wie finde ich das denn? Oh Mann, ja. 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 Oh Mann. Oh Mann, ja. 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 Ah, Mist. Sorin, sorry, Götze. Aber jetzt wechseln wir mal langsam Pastina. Götze hat sich ja... Blahm, ach, Blahm macht den. Und wie dann geht die Müller. So, dann geht die Müller. So, rein und wechseln. Gleich dreimal raus. Ein bisschen radikal wechseln, aber wir wissen... Die Saison ist noch hart. Abseits. Ah, macht nichts. Weiter geht's. Das wandelt schon wieder. Oh, Mann. 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 und ich werde wieder gefault, ich faul wieder und gegelbe was? Ah, Junge, das ist alles abnormal, finde ich. Boah, Leno, das wäre die Entscheidung gewesen, Leute. Ja, no, jetzt haben wir's, Leute. Die Entscheidung des Spiels endlich. Von Kindlay Command. Wir gehen immer 2-0, Alter. Ich muss jede 2-0 in Folge. Aber das Spiel läuft langsam. Wir gewinnen die Spiele 2. Es sind noch 3 Minuten und dann noch Nachspielzeit ein bisschen. Ok, das ist ein politischer Mann. Woa, ab, ab, ab. ränk digging,oj New Zi, rot vor allem kümmern unter Erster und Florida. Oh, so ging es jetzt. Aber wir rechnen uns mit Diego. Und Hohen tun wieder das dritte Tor schief hinein. So Leute, das dritte Spiel in Folge geworden in der Bundesliga. Wow, das war mega spät. Wenn sie erst gegen Soap kassieren, aber das sehen wir ja noch. Oh ja, schon, Leute. So können wir noch... So, natürlich, können wir den Müller noch ein bisschen... ... 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 verkaufen. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Sachen an. So, jetzt hören wir noch 10 mal vor. Ohje, jetzt gehen mal viele Berichte. So, jetzt schauen wir uns nach Deutschland. Aber somit sagt, euer Peter gehen nach wieder tschüss, bis dann und pici.